moin leute was geht heute ein neues projekt mit rein es nennt sich es nennt sich minecraft elektrik denn ich war noch nicht fertig die kamera okay es geht los also ich habe mir gedacht ich spiel oder er gesagt rein hat nicht gedacht dass man wieder ein projekt anfangen haben ich mir gedacht mit die video und er hat sich gedacht ja und dann habe ich mir gedacht okay dann haben wir es gemacht aber ich hatte keine lust drauf weil ich eigentlich leveln wollte und dann hat der minecraft projekt keine ahnung wer darauf gekommen ist deswegen deswegen okay es fällt mir grad schwer nicht zu singen weil wir haben eben die ganze zeit musik gehört okay was war kurz leute jetzt doch noch nicht nein das meine ich nicht junge rein hat gesagt er ist doch in ein also wo ich gesagt hat aber nicht in einer folge hat er gesagt doch und ich dann so ist dann ist doch kein projekt mehr projekt mit einer folge hier ja das ist das perfekt ich muss wahrscheinlich mehrmals aufnehmen damit vielleicht wegen pulver nee wir haben die feste nicht mehr gefunden wir hatten kein bock mehr so lange diese dinger zu fahren ach so du kraft ich habe auch ein warum machen wir es nicht wie banks ja die achterofen hey mein eisen wie viel hast du aber ich habe keine kohle wo du dich da durchgekramen hast ich 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 weiß das eigentlich haben wir den zieht vor leser nun kalt eingegeben aber wissen mich auf meinen sie es kommt nicht vererbung einfach zu lang aber wir haben ihn beide einmal eingegeben hat nicht funktioniert wir haben beide den gleichen ja aber da sag ich mir auch nur so ich glaube das gibt es kaputt das glaube ich nicht weil wir haben ja einfach an anderen danach bekommen wird die trotzdem gehen ja haben müssen als ob schon dunkel wird sollte sie eigentlich sollte die eigentlich müssen wenn ihr mein stream gesehen noch noch nicht noch 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 Ich würde so gerne mit dir eine Worte spielen. Junge, was ist hier eine Zombie-Totty? Woher hast du die Eislast? Ich habe keine. Achso, ich bin jetzt ein Zombie. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe. Leute, ich bin einfach hobbylos. Hobbyloses Kind. Achso, ich bin. Was ist das? Was die sich denken, wir sind die halbe Armee. Keine Ahnung. Tschüss. Tschüss. Der heißt ab jetzt Fletscher. Bist du in dem Dorf? Äh, nein. Ich bin im Dorf. Ich muss mir erstmal Brotkraften. Ja. Ach so. Du bist wirklich? Du, du bist schon immer. Sieh, man muss das in der Aufnahme. dass man fernsehngleiche ausgeht ich hoffe was mit ihm los alter ich hab noch nie gesehen dass zonnie sich das genick gebrochen hat guck dir das an wenn der eisenkolle mir gehört dann darf ich ihn erst kennen euch nicht ich kann nicht springen fett sagt schulam richtig war das da oben jetzt ein fletscher neben dem dorf ist ein pillager aus dem posten ja ich bin doch gerade dabei weiß ich nicht ich hab gelegt ist das jetzt ist das jetzt ein fletscher man das ist kein fletscher scharf ich bin geschafft ich hab sofort hier ich hab's solch ist die pinke wolle soll soll hier eine raid spielen das ist wenn du hier so ein typen kids einen dorf gehst und dann alle kommen okay wir haben keine rüstung anwalt wirklich nicht die 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 Ich hasse diese Wassergraben, die einfach random auf der Map platziert werden. Hier, die hier, genau die hier, Alter. Ja, die Spinnen schwebt einfach. Boi, iii, iii, iiii. Viele sagen, diese Türmen in den Wüsten, äh, Dörfern, sind selten. Die sind zwei ineinander gespunst. Ist das noch seltener? Boi, iii, iii, iiii. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier lang grabe, bin ich direkt bei der nächsten Kiste. Wow! Äh, dein Cent wieder. Oha! Was passiert, wenn ich ihn hätte? Ich hab nicht mehr Wasser. Okay, warte, 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 warte. Äh, warte kurz. Warte, nee, nee. Ich brauch Blöcke. Ich zeig dir. Ich zeig dir. Nein, geh weg, geh weg. Nein, geh runter. Runter, bitte. Du wirst angegriffen. Was ist, wenn ich mein Emelie von hier hätte? Dann könnte ich dich aber auch nicht einladen, weil ich dich dann nicht mehr sehe. Hallo, du brauch WhatsApp. Und es nennt sich Rotsapp. Kommst du mal ins Dorf? Ray, äh, Raubzug. Ja, der Raubzug beginnt gleich. Komm da raus, du. Du bist ne Katze, ne? Du bist ne Katze, ne? Ich brauch ein Dier-Schwert. Was? Ich hab's bei einem Punkt gesetzt. Scheiße, wenn alle Villager tot sind, ne? Dann haben wir ihn komplett verloren. Komm, wo sind die? Wo sind die? Okay, der nächste kommt. Der nächste kommt. Der nächste Raid. TP dich. Soll ich dich TP'n? Ah, ne, du bist da. Oh, genau wo's Nacht ist. Okay, sie spawnen. Aber wo, weiß ich nicht. Wo ist gespawnt? Okay, zwei Dinger. Der Eisengolm hilft uns wenigstens die Monster zu besiegen. Ja, ist Maragd. Wo? Wo? Hä? Was ist die Bord? Beide? Laufen die hier irgendwo außen rum? Hier liegen so viele Schmerakte rum. Digga, wo zum... Hier im Wasser! Im Wasser ist einer! Was? Also vier. Also vier. Hä? Kommt jetzt der nächste Raid? Oder war's das? Noch eine! Eine noch! Eine noch! Eine noch! Eheh! Ich hab' einen! Habe ich im Wasser gefunden! Vielleicht ist der ein Rauch im Wasser! Oder erst beim Außenposten! Ja, Alter! Wir haben kapiert! Ich finde dich noch nicht. Das ist so ein Dreck hier mit dem Wasser, ne? Der taucht einfach. Ist ja das da vorne. Nee. Digga, hier sind so viele Zombies, ne? Glaubst du? Was? Ich hab ihn ge... Oh, shit. Bitte, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Äh, Ryan, wir haben ein kleines Problem. Oha, der Eisengulam hat... ...so hat gefetzt, dass der gestorben ist. Hier liegt ne Eisenhose. Glockert. Alleine Hilfe. Hä? Hm. Hm. Okay, die nächsten kommen. Können wir jetzt mal Trotims bekommen oder sowas? Ja, Trotims oder dir? Ja, Trotims oder dir? Ja, Trotims. Ja, Trotims oder dir? Ja, Trotims. Äh, die... Jetzt kann ich nicht... Ach so, die sind von denen? Halbes Herz. Ja, das ist schnutz. Er ist ein Zeichen... sieg, es ist ein Zeichen. Aber ich werde schon... kam es zu. Ich bin Naim duier. Ich bin Naim duier. Ich bin Naim duier. Duier. Ja, hier bin Naim duier. Ich bin Taim. Wie? Wie ist das denn? Wie ist das? Boah! Wie war die Tür? Wie ist das denn? Oh, ist er da? Ja! Ja! Ach, ich hab ihn! Ja! 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 Lukas Weil jetzt kommt schon die und nachher, also wenn wir die jetzt geschossen haben, kommen, äh, Zorberer, also Toten. Die haben eigentlich nichts für einen. Wow, ich bin jetzt aber nur 50, oder? Ich hab 3, ich hab 13. Wer wird auch noch? Wer wird auch noch? Äh, das heißt, ich komm 3 oder 4 einfach. Ich will den anderen. Äh, ich hab Zorbertat. Bitte, schau dich rein. Äh, ey. Äh, echt kurz. Ah, nah ja... nicht mehr so ganz mit Efixensumfund. Ok, ich will apr seriously Ich mach dir doch seit irgendwas zu weg. Ich würd dich doch wieder voll. Ich hab so meine Steinsachen mit, Alter. Wie viel? Was geht denn jetzt? Noch? Zwei noch? Und dann geht's nicht mehr. Ah, das sind die, ähm... Er liebt den Fluss jetzt nicht. Guck mal. Ich bin jetzt gekommen. Ich hab mich von den Villager. Einfach furchtisch. Ich bin hier noch. Ja, ich hab noch. Ich hab noch. Okay, eben. Aber nein. Einer fehlt noch. Es gibt noch zwei Villager und ich vertrete dich im Haus. So, du hast gestimmt. Ja. Hä? Hallo? Hat das nicht aufgenommen? Egal. Ich hab jetzt ein Totem. Und ich würd sagen, das war's auch mal mit dem Video. Ciao! Egal. 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 Egal.